Yo Leute, herzlich willkommen hier bei Depth und ich hab's ja schon angekündigt, wir wollen mal mit dem Hammerhai spielen. Der große Hammerhai kämpft mit vollem Körpereinsatz, um seine Beute zu breit zu machen. Er besitzt die einzigartige Fähigkeit, Feinde zu zerquetschen, wenn er sie in seinen Fängen hat und mit großer Geschwindigkeit gegen ein hartes Objekt schwimmt. Dadurch erleidet seine Beute passiven Schaden proportional zur Krafteinwirkung. Okay, äh, ja, den nehmen wir. Ach du Heilige, das sieht ja ganz anders aus. What? Stufe 1, Dauer 4 Sekunden. Der Hammerheiligen redet jetzt mal Ausdauer, wenn er ein festes Objekt rammt. Der Ausdauergewinn ist proportional mit der Geschwindigkeit und dem Winkel, okay. Okay, ich mach mich erstmal bereit, ich spare ein bisschen. Das Menü sieht natürlich jetzt auch komplett anders aus. Sorry, dass ich hier ein bisschen länger brauche heute. Ach du Heilige, also auch das wurde komplett geändert. Wir spielen übrigens auf Hillside die Map, die mit dem Chivalry vs. Depth Update hier ins Spiel gekommen ist. Und ich bin sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ich habe ewig kein Hai gespielt, Leute. Die Map ist auch komplett Neuland für mich, wie Merkel sagen würde. Äh, sind wir mal gespannt. Er spielt den guten alten Tiger, so wie es aussieht. Okay. Kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre der Hammerhai nicht sonderlich wendig. Hallo. Oh, komm schon. Komm schon weg hier. Ah, zwei Leute mitgerissen. Ich denke, das ist schon mal okay, zumindest. Äh, kann mir jetzt sofort ein paar neue Sachen leisten. Scharfe Flossen. Die Schnauze, das heißt, es ist härter und versucht dadurch mehr Schaden an Unterwasserobjekten. Komm, wir nehmen mal die scharfen Flossen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die scharfen Flossen hier auf der Map recht gut zum Einsatz kommen könnten. Also, aktuell Gleichstand, was die Reinforcements angeht. Na, hier komme ich nicht so gut rein. Ich wurde gerade entdeckt. Okay, pass auf. Einer muss ja mal reingehen. Ah. Mein Kumpel ist leider nicht mit reingekommen. Und wir sind beide draufgegangen. Was ist denn das? Regeneriert nun auch Gesundheit. Achso, okay, warte mal. Also, ich kann... Das war kein hartes Objekt, okay. Ist das hier ein hartes Objekt? Nö. Was sind denn harte Objekte? Das auch nicht. Oder muss ich einfach nur... Nee. Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich bitte nicht. Fragt mich nicht. Komm schon. Ah. Kein mitgerissen? Oh Gott. Na gut, okay. Probieren wir es weiter. Also, das mit der Evolution, das ist auf jeden Fall neu. Weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert, muss ich ja ehrlich gestehen. So, wo kommen wir denn jetzt am besten rein? Der gute Hammerhai. Ist hier irgendwie die Möglichkeit? Okay. Ja, den haben wir jetzt aber, weil ich... Was? Wie kann das denn sein? Wie konnte der mich denn erschießen? Ich hatte den noch im Maul. Okay. Das muss ich nicht verstehen. Aber das mit dem... Das mit dem Rammen verstehe ich auch noch nicht. Vielleicht muss ich das ja erst noch erforschen. Okay, mal schauen. Wir bleiben gespannt. Wie gesagt, Hammerhai ist neu. Map ist neu. Und ich habe auch längere Zeit nicht mehr Depth gespielt, deswegen... Das sind so ein bisschen meine Entschuldigungen jetzt gerade. Ey. Komm schon, abhauen. Ich muss auf jeden Fall eine Robbe schnabulieren. Okay, die haben wir. Und den haben wir auch. Alles klar, Leute. Ah, hier könnte man auch rein. Ah. Zu spät gesehen, die Mine. Aber immerhin hat die mich nicht komplett kaputt gemacht. Das heißt, ich kann mich hier auch nochmal hochheilen. Ja, von den Reinforcements sieht das leider nicht so gut aus. Aber das ist halt so, wenn man gegen ein festes Team spielt. Depth leidet leider komplett an einer Spielerschwäche. Also es spielen enorm wenig Leute, nur noch Depth inzwischen. Was sehr, sehr schade ist. Aber gut, kann man nicht ändern. Komm schon. Ey, das ist nicht wahr. Und raus hier. Wurde jetzt auch noch mit einem Leuchtgeschoss markiert. Ach man. Keine sehr gute Runde hier von mir. Was heißt sehr gute? Keine gute Runde. Könnte man sogar schon sagen. So richtig das Gelbe vom Ei ist es nicht, was ich hier mache. So, Steve fährt weiter, glaube ich. Okay, komm. Es ist nicht wahr. Oh Mann, schade. Ich könnte mir das jetzt mal leisten. Okay, komm, das holen wir uns mal. Einfach nur, um zu schauen, was das bringt. Wenn ich jetzt dagegen ramme. Also entweder habe ich es nicht verstanden. Oder ich bin zu langsam. Hä? Ich raff es nicht. Ich raff es wirklich nicht. Sorry. Okay, komm. Was? Wieso habe ich den denn nicht bekommen? Okay. Also irgendwie ist das gar nichts, was ich hier mache. Den Perk habe ich leider auch nicht verstanden. Wenn ich dagegen nehme. Keine Ahnung. Egal, egal, egal. Wir probieren es weiter. So, wie komme ich denn jetzt zu denen? Hier geht es lang. Dahinter ist sogar einer. Okay, komm. Ey, das ist nicht wahr. Ne, der Hammer hier ist mir ein bisschen zu langsam. Oder ich kann einfach kein Depth mehr spielen. Das kann natürlich auch sein. Ach, warte mal. Mit F. Ah. Hä? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Mit F. Hä? Oh, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Warte mal. Wenn ich die jetzt aktiviere. So, jetzt ist die Fähigkeit aktiv. Ah. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir jetzt mal unser Glück hier. Ah, die haben hier scheiß Radar an. Äh, gehen wir mal hier rein. Und? Auch nicht. Ah, das hat auch nichts gebracht. Ne. Schade. Oh, Mann. Grants. Richtig low-life-Runde von dir. Regeneriert nun auch Gesundheit. Okay. Der perfekte Jäger habe ich freigeschaltet. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ah. Okay. Ja, so funktioniert der Spaß. Alles klar. Das muss man natürlich mal wissen. Da wäre mal interessant, was der Marco-Hai denn jetzt für eine klassenspezifische Fähigkeit hat. Schon wieder niemanden erwischt. Oh, Mann. Das ist echt ein Gemetzel, was ich hier an meinem eigenen Leibe zu spüren bekomme. Das ist ja echt schade. So, schnell mal eben regenerieren. Okay. Läuft bei uns nicht. Aber egal. Wurde von einer Sonoboje entdeckt. Ach, da ist sie doch sogar. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich muss mich erst reinfuchsen, leider. Hier mit dem Hammerhai. Mächtiger Schwanz. Okay. Mächtigen Schwanz finde ich immer geil. Jetzt habe ich meine Fähigkeit nicht aktiviert. Schade. Gut, also wir müssen echt mal wieder ein bisschen öfter hier Depth spielen, glaube ich. Damit das hier wieder bessere Züge annimmt. Ich bin halt schon am überlegen, ob man vielleicht irgendwie mal eine kleine Gruppe gründet, mit der man... Boah, das ist doch nicht wahr. Jetzt komm schon einmal dagegen. Ey! Das ist nicht wahr. Eine kleine Gruppe gründet, mit denen man dann zocken kann, weil... Ich muss sagen, gegen diese Leute, die halt jetzt seit keine Ahnung wie lange Zeit schon Depth am Spielen sind, habe ich ehrlich gesagt keine Chance. Dafür spiele ich selber einfach viel zu selten Depth. Da muss ich einfach öfter spielen, damit ich da mal ein besseres Level erreiche. Aber die Zeit habe ich dann auf der anderen Seite wieder nicht. Schade. So, ich habe aber schon wieder Evolutionspunkte. Könnten wir uns ja mal das doppelte Tempo holen. Weil doppeltes Tempo ist ja als Hammerhai, zack, auch doppelte Fähigkeiten. Punkte sozusagen. So. Okay. Da haben wir einmal gegen gecrasht. Ah, wie kann ich... Komm schon weg hier. Das ist nicht wahr. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich lade es euch trotzdem hoch, Leute. Ey, das ist mir ja schon hier fast ein bisschen peinlich, wie ich hier gerade als Haifisch spiele. Okay, okay. Angriff. Ich treffe auch nichts. Das ist... Das ist... Boah. Ne. Keine Chance. Keine Chance. Aber ich konnte euch immerhin mal den Hammerhai zeigen, Leute. Das ist auch schon mal was Schönes. So, holen wir uns das hier noch. Boah, wir haben keine Reinforcements jetzt mehr. Ich brauche erstmal ein bisschen Ausdauer. Der Hammerhai... Bleibt irgendwie auch teilweise so ein bisschen hängen an Ecken und Kanten. Komm, weg hier. Fähigkeit aktivieren. Und... Komm. So, mal ein bisschen Lebenspunkte regenerieren. Indem man den Kopf gegen die Wand schlägt. Oh, shit. Ne. Alter, Vater. Okay, ich kann leider nicht mehr neu rauskommen. Der Tigerhai muss es also machen. Interessante Sache mit diesen Evolutionsgedöns jetzt. Sieht ganz interessant aus. Ich bin echt gespannt, was der Marcohai zum Beispiel für Fähigkeiten hat. Vielleicht mache ich nochmal eine Runde als Marco in den nächsten Tagen. Äh, ja. Es ist echt schade, dass die Runde jetzt so schlecht gelaufen ist. Komm, Junge. Lass dich doch jetzt einfach killen. Steve ist doch eh da. Ja, eben. Äh, schade, dass die Runde so gelaufen ist. Aber ich glaube, wenn man sich die Leute hier anschaut. Na, Stufe 30. Das geht sogar. Oder war Stufe 30 das Höchste? Ne, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Äh. Ist... Kann ich jetzt nicht mehr... Wollte mir die Leute mal ansehen. 33. Okay. Und was hat der so? 22. Oh, das sind ja gar nicht so hohe Level. Na gut, vielleicht habe ich wirklich einfach die Spielpraxis nicht mehr. Habe ja früher doch ab und an mal Depth gespielt. Und jetzt ist es bestimmt schon zwei, drei Monate her, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, hier mal eine Runde den Hammerhai zu sehen. Und, äh, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge, wenn ihr mögt. Ich muss mal schauen, ob ihr überhaupt noch Bock auf Depth habt. Falls dem so ist, kloppt gerne den Daumen nach oben, damit ich sehe, dass Depth noch weiterhin gewünscht wird. Leute, ich bin raus für heute. Vielen Dank und bis dann. Haut rein.